Yo Jungs, was geht ab? Mocka am Start. Was geht? Lang nicht mehr gemeldet. Auf YouTube zumindest, denn auf Twitch sind wir immer noch aktiv. Es ist ein neues Spiel draußen, die ein oder anderen haben das mitbekommen. Scum heißt es. Ein, ja ich würde sagen, ziemlich nahegelegtes Spiel an DayZ. Macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß. Das bedeutet für mich auf jeden Fall, dass ich erstmal eine Art Pause machen werde. Und wir werden sehr viel Scum spielen und zudem möchte ich auch sehr viel WoWs spielen im Stream. Wenn ihr das mögt, schaut einfach im Stream vorbei www.twitch.tv. Ich werde auch das ein oder andere Video hochladen, wenn ich denn die Zeit finde. Ich habe aktuell sehr wenig Zeit, was das angeht, aber ich versuche trotzdem, mir die Zeit zu nehmen, etwas hochzuladen, bis er jeden Tag geiler Action in Scum passiert. Also Jungs, tunet rein, enjoyt das Video. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like auf jeden Fall da. Wir sehen uns. Wasser geht hoch. Langsam. Ich schwöre, wenn es so weiter geht, kriegt man noch so im späteren Verlauf der Diabetes und so ein Shit. Das glaube ich, ist da was in der Luft. Ich sehe davon aus in der Luft. Ja, ich sehe einen Spieler. Pass auf, pass auf, ich sehe einen Spieler. Ja, ja, ich sehe den auch. Ach du Kacke. Es sind auch andere Gebäude, die man lücken kann. Soll ich mir versuchen, mal abzuschießen? Ja, das ist glaube ich drin, oder? Ne, der ist außerhalb auf dem Dach. Ah, das kannst du mal machen. Schlenk mal ab, falls er mich sieht. Warte. Ach du Kacke, wie machen wir das denn jetzt? Ne, Planentwicklung. Ich versuche da ganz zu laufen. Ich bin direkt an der Wand. Hier ist ein Roboter, ich höre Schritte. Ne, ne. Wir werden oben aufs Gebäude gehen. Pass auf, mach so wenig Schritte wie möglich. Alter, ich kenne die Gebäude nicht. Okay, rechte Seite ist der Eingang nach oben. Aber auch nicht ganz nach oben. Ich weiß nicht, wie man ganz nach oben kommt. Wie du zögerst. Mika, ich zöger. Nicht, weil ich die nicht töten möchte, sondern weil ich die Reichweite nicht kenne. Und eben wurde mir gesagt, hier waren Minimum drei Leute, die geschossen haben. Hier waren eben Minimum drei Leute, die geschossen haben. Deswegen zöger ich. Ich bin mitten auf dem Feld. Ich schieße den an. Ich kenne die Reichweite nicht, also das Eingang, weil du hast einen Bullet Drop. Ich treffe ihn nicht. Was meinst du, was er machen wird? Das Erste, was er machen wird, ist seinen Kollegen Bescheid sagen. Hey, hör mal. Ich werde aus der Position beschossen. Und dann habe ich drei Sniper gegen mich. Du bist da vorne, ne? Hat er dich gesehen? Ah, ich glaube nicht. Okay. Dann hat er da einen Spieler gesehen. Ich komme zu dir. Wir warten dort an der Ecke erstmal auf Stabila. Ich war da schon dran, da ist nichts. Okay. Denk dann, Sound ist A und O. Die hören alles, ob der Loot ist. Hab ein schwarzes T-Shirt an. Okay, Tracen. Komm, äh, wie kriegen wir Tracen? Die Roboter oder die Spieler? Was? Ich meine, reagieren Roboter auf Sounds oder so? Nein, nein. Die Spieler. Okay. Hier ist Mais, mate. Das müssen wir nachher mitnehmen. Ich bin sehr gut ausgerufen, das ist für Militärgebiete. War ich mal einen Schieß von uns, oder? Ja, glaube ich nicht. Hinter uns sind von uns, ja. Ich meine, Schieß von uns. Das ist unser Mate, oder? Das ist im Süden. Ich weiß, wo der war. Da ist einer im Süden, der auf uns geschossen hat. Weißt du, woher? Süden. Ich geh mal hier in die Butze. Ich wurde einmal getroffen. Ich hab so verschwommen in der Scheiße. Welche Grafiksachen muss ich ausmachen? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht mit diesem Verband heilen. Wieso nicht? Hast du einen Verband? Nee. Komm nicht. Ich hab keinen Kopf. Ich schaff's. Ich weiß nicht, wieso. Mein Helm verschwindet immer beim Server restart. Ich brauch irgendwas zum Heilen. Ich brauch unbedingt Klamotten, Jungs. Wer kann von euch mehr Klamotten geben? Oh, sorry. Sorry. Wenn ich auch einmal geschlagen hab. Ja, ich kann dich hier... Automatisch getargetet. Custom, custom. Kannst du mir ja Dings Verband geben? Ich sterbe sonst bald. Alles gut, alles gut. Ähm. Boah. Nimm einfach diese Scheiße. Ich glaub, es hat sogar was drin. Warte, ich guck mal. Ja, das hat sogar einen Lumpen. Dann kannst du das wieder anzun. Ist das eine Nate gewesen? Oder... Nein. Der hat Messer gezogen. Okay, die haben eine Snicer. Aber eine langsame Sniper. Ich weiß ungefähr, wo der ist. Aber ich konnte ihn nicht sehen. Ich lade das mit dem Mate ein. Warte, es ist gut. Nimm an. Ah, ich seh den. Der ist hinter dem Baum. Watt. Wo? Ähm. Südwesten. Direkt da bei den Bäumen. Ich weiß nicht, wo du Südwesten... Achso. Schau auf, ne? Unten links musst du voll hin schauen. Kannst du ein bisschen wieder außen rumlaufen, den baiten? Warte, ich hab halt diese... Achtung, Achtung, der sieht dich da schon. Warte, nimm du die Ecke. Nimm du die Ecke. Wo siehst du den? Wo siehst du den? Ah, der war da hinter dem Baum. Ich seh das. Nimm mal den einfach weg. Ja, ich seh den. Ich seh den. Schatz, ruf dir rushen den weg. Komm, let's go. Hin. Ich rushen, ich rushen, ich rushen. Komm, wir rushen ihn einfach. Er läuft weg, er läuft weg. Echt? Seine Teammates versuchen uns zu folgen. Ich erfolge ihn. Wir rushen ihn weg. Der hat keine Chance. Einfach hinterher laufen. Siehst du ihn noch? Ja, ich sehe ihn noch. Ich sehe ihn noch. Hier irgendwo. Wo ist er? Ich schlag ihn mit Axt. Der ist der Blaue. Okay, hier. Weiter. Ich bin ich. Nice. Er ist down. Loot ihn. Nice. Hat er einen Helm. Ich brauche unbedingt den Helm, wenn der einen hat. Es kommen noch seine Teammates. Aufpassen. Aber ich kann nicht aufstehen. Was für eine Shit. Seine Teammates sind eingesperrt. Die versuchen nicht rauszugehen. Ich kann hier nicht aufstehen. Relog einfach. Warte. Ist er gerade rausgesprungen? Achtung. Wer ist rausgesprungen? Bin mir nicht sicher, ob ich da was gesehen habe eben. Oh, ein Helm. Der hat keinen Helm. Fuck. Okay, dann. Nimm die Waffe mit. Ähm. Der andere soll kurz herkommen. Ich droppe ein AK. AK74. Ich brauche einen Moni für dich. Ich rufe die Logge kurz. Ich müsste dann aufpassen. Ich bin noch nicht bei meinem Squad. Ich mache aber nicht vor. Es logge. Also noch 10 Sekunden warten. Ich habe ihn, glaube ich, zweimal mit der Arx erwischt. Ich habe den Kopf benutzen sollen. Ich konnte ihn durch die D-Sings nicht mit der Sniper killen. Die haben halt noch den Sniper umgehabt. Da sind drei Leute minimum. Kann sein, dass einer von denen vom Roboter getötet wurde, als der versucht hat, uns zu chasen. Mein Stoffwechsel sieht gut aus. Nur meine HP sehen scheiße aus. Ich muss eben. Ich glaube, ich blute immer noch. Da seid ihr, oder? Ja, ich bin Bär im Kopf. Komm her, komm her, komm her. Hab dich eingeladen. Kann ich dieser Sniper haben? Oder Mosin oder was auch immer ist. Ja, klar. Was der hatte. Ja, klar. Also du hast was ingame gesagt? Nee, nee. Was hat der ingame gesagt? Ja, der hört den Screen. Der sagt, nicht schlecht, Alter. Dann hört ihr ja alle. Wir haben beschossen. Teammate ist tot. Okay, pass auf. Ich habe nichts gehört. Ich habe den Schuss gehört. Oben auf dem Dach. Safe. Also auch oben auf dem Dach. Könnte in jedem Fenster sein. Versuche einfach hin und her zu laufen. Alles zu looten. Er hat halt einen glatten Headshot bekommen. Wahrscheinlich selber Waffe. Wir gehen. Wir gehen in das Geblender. Aber durch einen anderen Eingang. Der wird vermutlich auf dem Dach sein und auf dich aimen. Also guck, dass du da ziemlich schnell wegläufst zur Mauer. Okay. Jetzt habe ich gut übersicht. Ich bin nicht weggelaufen. Ich verstecke mich hier einfach. Ich werde vom Roboter entdecken. Das ist aber nicht schlimm. Der Roboter war harmlos. Tote Zombies. Okay. Die waren überall hier verteilt. Ich bin nicht sicher, ob ich Steps höre. Ich habe einen Schuss gehört bei dir. Dann war er nicht bei mir. War bei deiner Seite auf jeden Fall. Ich ärgere es doch schon das dritte Mal, dass ich meinen Helm verloren habe nach dem Server-Neustart. Das ärgert mich richtig. Okay, ich bin auch gestorben. Ich habe nicht gehört. Ich glaube, vielleicht hat er einen Silencer. Nee, das ist halt auf Distanz. Hunter und so hörst du auf Distanz nicht. Deswegen habe ich ja gesagt, geh schnell weg. Solange die Distanz-Würfen haben, einfach nach dem Forsten. Ich war ziemlich confident in meinem Outfit. Aber ich glaube, der Schuss kam von oben. Von einem Dach oder so. Ja, der kam von oben. Da kamen die ersten Schüsse. Ich habe den ja gesehen. Ich habe den ersten auch nicht gehört. Ich habe nur gesehen. Meiner ist unter mir. Ich move... Soll ich mal Tracern hier rein move'n? Ja, ja. Ich würde dann am besten nach springen gehen. Ja, mach das. War cool, dass du dabei warst. Hi. Hallo. Man sieht sich. Ciao. Okay, Tracer. Wo bist du gesperrt? Tracern. War die ganze Zeit oben links, unten links. Jetzt habe ich mich ein paar Mal gekillt. Ich habe noch eine Minute Respawn-Zeit. Ich hoffe, ich bin irgendwo in der Nähe. Okay. Ich versuche jetzt selber mal in dieses Gebäude einzudringen. Ja. Ich vermute mal, die haben da eine Hunter oder einen Karabiner. Das heißt, auf Distanz sind die gut. Vorhin habe ich... Also ich habe das auf einem anderen Server gespielt. Und da habe ich eine K98 gehabt. Die gibt es in... ...wo in versteckten Kirchen. Im Turm. Und die hörst du halt nicht mal, wenn du 10 Meter von dir entfernt steht. Ja, okay. Ich habe den Schuss auf jeden Fall gesehen, der auf dich gegangen ist. Der kam von oben. Das war auch der Typ, den ich vorhin im Stream gesehen habe. Ja, genau. Aber ich sehe den jetzt nicht. Was halt sein kann, durch manche Fensterscheiben kannst du keine Spieler sehen. Das hast du auf dem Airfield bei, ich glaube, 80% der Fensterscheiben. Ja, dass Fensterscheiben und die Wand angezeigt werden, ja. Ich kenne mich halt hier leider null aus. Auch nicht. Ich bin eher so entweder oben oder halt so Mitte. Weil ich... ...habe jetzt vielleicht, keine Ahnung, 18, 19 Stunden in dem Game. B3. Ich habe mich bisher nur auf dem Airfield aufgehalten. Da kenne ich alles innen ausfindig. Airfield war ich einmal kurz drin, aber das war auch nicht lang. Zwei von denen habe ich tot. Halt. Die habe ich gehört, weil die sich verbunden haben. Die Leute, die sich die Sounds machen, die höre ich. Aber ich kenne mich sonst hier kaum aus. Es bleibt der Typ auf jeden Fall oben. Target engage, einer kommt eventuell. Ich glaube, da sind viel mehr Leute, als wir ausgehen. Da sind mehr als drei Leute nur. Und da ist er hat einen Helm dabei. Ja, den Bug, den du hast, hat ein Kumpel von mir auch gehabt. Bei dem ist das Spiel zwei, dreimal abgestürzt und auch teilweise der Server, wo wir spielen. Und jedes Mal war sein Helm weg. Ja, das habe ich schon öfters gehabt. Ich habe Shutdown-Monnie, ich habe AKS-Monnie. Auf Ersatz. A Hand von Monnie. Ich bin direkt unter dem B von B1. Ich laufe dann auf dich zu, ja? Ja. Ich weiß ja, wo du bist. Es scheint so, wie ich es gesagt habe. Wir haben keine Nahkampf-Forfen. Geh mal kurz auf deinen Stopp wechseln und guck mal, wie voll deine Blase ist und so. Dass du mitten im Kampf später pinkeln. Oh ja, gibt's so. Lass uns mal gucken. Haben wir vorhin gehabt. Okay, ich glaube, ich weiß, wie ich hier hochkomme. Aber war eine gute Idee. Erstmal pinkeln. Weil die ist bei 84%. Ich habe ja ganz gut getrunken. Ja, ich glaube, bei 110, bei 110 pinkelt er automatisch, egal was du machst. Eine K. 20. Geh bitte. Ja, warte, ich guck nur kurz den Chat. Ich bin die ganze Zeit am überlegen, ob ich mir das Game kaufen soll. Für 17 Euro kannst du nichts falsch machen. Also, ich sag mal so, das Spiel kostet 17 Euro und nicht mehr lange. Das war jetzt, wie viel? Ich glaube, 200.000 Bekäufe in 24 Stunden. Gibt dem Spiel vielleicht noch ein, zwei Monate, dann kostet es 50. Und dann ist es in der Beta. Nein, 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 nein. Das wird schon erstmal günstig bleiben. Aber die Frage ist halt... Also, mir macht es jetzt in dem Start, das ist auch schon Spaß. So, man sieht, das Game ist verpackt. Ist aber, ne? Ich meine, guck dir alle Alphas... Aber die tun was dagegen. Er sieht besser aus, als die anderen Alpha Games, die man so kennt. Ja. So, weißt du, die Performance, so... Okay, die D-Sings sind stark. Die D-Sings sind echt stark aktuell. War in der... Oh, hier ist einer bei mir noch. Zwei tot. Vollequipte. Ja, ich laufe. Okay, wenn du hier hinkommst, alter, hier hast du Vollgear. Jetzt ist hier Vollgear ohne Ende, das soll ich dir. Also, ich bin jetzt von dem Ort aus gesehen, wo du jetzt bist, die zweite Linie links. Warte, leise, leise, bitte. Ja. Hier sind noch mehr. Das ist Fünfer-Team. Minimum Fünfer-Team. Vielleicht sind das auch zwei Teams. Ne, ne. Alter, das sind noch mehr Teams. Da sind sechs Leute. Da sind sechs Leute. Ich hör hinter mir, ich hör jetzt überall welche. Ich hab so viel Munition gar nicht. Also, ich bin jetzt... Jetzt gerade in dem Wald, wo ich damals... Also, wo ich eben gekillt wurde. Da bin ich gerade. Samina regenerieren. Haben die Waffen gehabt? Ja, ne Katabiner, ja. Ich hab den K-Typen. Du bist von hinten reingegangen, oder? Ich bin von innen reingegangen. Ja, ja, von hinten kann man sagen. Okay, ich hab einen der Sniper. Zwei Leute waren hier noch. Nice. Ne MP5 hatte der auch noch. Weißt du was? Ich nehme einfach die Muni von denen weg. Also, MP5 würde ich nicht nehmen. 5 ist eine schlechte Waffe in dem Game. Das geht. Da hab ich auch schon einige Kills mitgenommen. Ja, aber die streut extrem. Ja, aber ich hab die Muni von den Waffen weg. Somit können die nicht jede Waffen looten und mich dann killen, weißt du? Ja, außer sie haben Muni dabei, aber keine Waffen. Ich bin jetzt gleich in dem Haus, wo du ganz am Anfang rein bist. Komm, 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 hier in diesem Innenhof, wo ich bin. Da siehst du uns jedenfalls eine offene Haus. Ja. Da kommst du hoch, da gibt's einen Trailpender und hier oben hat sie Waffen. Hier ist eine Katabine und zumindest nicht schon mal eine MP5. Ich guck was noch. Ja, ich muss halt nur gucken, damit keine Mächtes kommen. Läuft nur einer unter mir. Da hat jemand Box hier. Ich glaub ihm. Glaub ich. Wurdest du entdeckt? Äh, von dem Mesh. Ich glaub, die mit dem besten Equip hab ich hier oben. Die hab ich schon getrittet. Ich hab nicht lassen. Ähm, also ich bin jetzt grad in dem Haus, wo du ganz am Anfang rein bist. Der Mesh hat mich halt entdeckt, deswegen versteck ich bestimmt. Ja, versteck dich da so lang noch. Einer läuft hier die ganze Zeit durch die Gegend. Ja, die haben keine Muni. Die haben Waffen, aber keine Muni mehr. Jetzt vom Kairabiner noch die Muni weg. Ich hab jetzt den Polizei-Schlagstock. Ja, lauf einfach hoch, lauf einfach hoch. Welches Gebäude ist das? Das allergroß, das ist ganz groß in der Mitte. Hier ist noch mehr Lut, Alter, vielleicht ist hier eine. Alles bei dir noch nicht, gerade. Die wissen jetzt meine Position. Die schleichen hier noch dumm. Ah, ich seh, ich seh deinen Namen, ich seh deinen Namen. Äh, da oben. Wenn du aus dem Fenster guckst, wo mein Name ist. Ja, ich seh dich. Ja, da steht der Mesh halt direkt einen Meter vor mir. Geh, geh bisschen von der, hat er dich entdeckt? Nee. Okay, bei dir ist noch ein Konzert. Nee, aber ich hab nen Dreck, wie man die aus, also wie man an denen vorbeilaufen kann. Entweder du spielst sie aus, oder du äh... Man muss joggen, man darf nicht rennen. So trennen sie dich. Ja, du kannst auch durchlaufen. Ich beschütze hier, ich beschütze hier die Waffen, dass sie die Waffen schlüpfen. Ja. Ich hab das Gefühl, dass der Armor auch noch ein bisschen kaputt ist. Weil wenn du den Full Armor hast, kriegst du kaum einen Schaden. Ja. Boah, der Bot schießt auf mich. Ich? Aber einer war noch eben auf dem Dach. Ich weiß nicht, wie der da hingekommen ist. Ich hab anscheinend einfach noch ne Leiter ganz nah oben. Das für mich. Okay, langsam verstehe ich das Gebäude. Ich weiß, wie das aufgebaut ist. Okay, hier geht's ganz nah um. Ich würde jetzt überall diskieren und ganz da oben klettern. Ne, ich warte lieber, bis du da bist. Ja, ich komme auch. Ja, ich bin gleich da. Ich schließe ein paar Zombies ab. Wenn du in dein Gebäude reinkommst. Ich warte noch, bis du da bist. Sonder. Ah, ich bin ganz unten. Scheiße. Ja, ja. Lauf durch, lauf durch. Lauf hoch. Ja, ja. Einfach die Treppen hochlaufen. Ja, der Mech hat mich gerade angiviert. Wenn du oben bist, kann ich dir helfen. Okay, alles gut. Puh. Kletabiner, Waffen, Armor, Rüstung, alles hier. Ach, guck mal. Von dem Gebäude aus, wo ich eben war, als allererstes daneben geht eine Leiter hoch. Genau hier hin. Ja. Ja, das ist geil. Ich habe hier den Kletabiner, Helm, alles. Die MP5, die hier liegen müsste. Und dann kommt es am Ende des Ganges. Ja, ich bräuchte, ich bräuchte erst. Verbände, schneid irgendwie was auseinander. Nee, Verbände, ich bräuchte keine Verbände. Ich bräuchte nur irgendwas, damit ich Sachen mitnehmen kann. Also, Gacke oder so. Haben wir auch den Rucksack, oder so haben die alles da. Ah ja, hier ist der Rucksack, nein. Zombie kommt hoch auf, was nicht? Die hatten einen außerhalb, ich weiß nicht, was der hatte. Den hast du hier, glaube ich, gelootet gehabt. Keterbiner, oder? Achso, nee, das war eine Hunter 55, ja. Warte, dann gebe ich dir für die schon mal Munition. Oh, einer schießt. Genau. Hab ihn getötet. Was war der? Hier, hier. Rät er aus. Hat mich einmal gehittet. Pass auf, nicht. Auf mich wurde geschossen. Ja, Roboter. Nicht am Fenster stehen bleiben. Ich verbinde mich. Ich schlute den hier noch. Ich habe noch drei Schuss. Der hat einen Hunter. Dann kannst du überlegen, ob du vielleicht die Hunter nimmst. Die ist zwar schwächer, hat aber... Wir haben Munition für die. Die haben mitbekommen, dass wir hier... Also, dass du hier alle gekillt hast. Ja, die wollen natürlich mich töten, ne? Die wissen... Die wissen aber halt auch nicht, wie viele wir sind. Auch wieder, ja. Obwohl, zwei Leute haben die getötet. Fangen wir mal davon aus. Der war wahrscheinlich auf dem Dach. Sollen wir beide das Dach hochgehen? Gleichzeitig? Ja, können wir machen. Okay, komm. 3, 2, 1, go. Warte mal. Die Option nicht. Doch, da. Kleine Bar. Ah, nee, ich habe meine Waffe verloren. Mal runter. Komm. Oh, nee, nee. Nein. Da ist die komplette Leiter runtergefallen. Oh, shit. Klebst du noch? Nein, ich bin tot. Nein. Aber die Sachen liegen unten. Okay, das war der Typ, auf jeden Fall, der auf dem Dach war. Ja. Ja, also ich bin da komplett runtergefallen. Jetzt versuch irgendwas mitzunehmen. Ja, ich bin in zwei Minuten... Ich spawnen in zwei Minuten wieder, aber ich weiß nicht, wo. Okay. Aber wenn ich jetzt weit weg bin, dann mache ich einen neuen Charakter, das ist schneller als jedes Mal zweieinhalb Minuten so. Ja. Das war auf jeden Fall der Typ, der auf dem Dach war. Den wir... Hier ist so seine Pistole, die hat er liegen lassen. Ja. Boah, man hat hier einen Ausblick, das glaubst du gar nicht.